Ich wollte nur mein Leben wieder in Ordnung bringen. Jetzt bringe ich die Geschichte in Ordnung. Raiden warnt mich, dass ich nicht alles korrigieren kann. Zu viel Veränderung und ich verliere Vera. Und Jackie. Doch diese Macht ist größer als wir. Wenn ich nur an mich denke, was für ein Offizier bin ich dann? Was für ein Mann? Ich hatte Glück. Meine Familie und ich lebten den amerikanischen Traum. Die meisten, die wie ich waren, hatten diese Chance nicht. Ich bin es ihnen schuldig, das in Ordnung zu bringen. Und ich werde nicht Jahrhunderte warten, bis alle aufwachen, wenn ich es bereits jetzt ändern kann. Es wird nicht gleich beim ersten Mal klappen. Auch nicht beim zweiten oder dritten Mal. Aber irgendwann werde ich einen Volltreffer haben. Meine Familie ist zurück. Die Welt ist für alle ein besserer Ort. Es stellte sich heraus, dass du alles haben kannst. Wer sagt das Stimme nicht, muss anfangen, größer zu denken. Die Welt ist für alle ein besserer Ort. Die Welt ist für alle.